Hey, du merkst schon, dass du hier nicht in der durchschnittlichen Baptistengemeinde gelandet bist. Du bist nicht in irgendeinen Kaffeeklatsch-Hauskreis gestolpert. Du bist hier nicht in der durchschnittlichen Baptistenkirche, die nichts anecken will. Die sich an irgendwelche bescheuerten, unbiblischen Traditionen hält. Wie Dispensationalismus. Von wegen, ja die Juden sind ja immer noch Gottes auserwähltes Volk, bla bla bla. Und wir leben jetzt in der Gnadenzeit. Dann kommt aber die Zeit in der Trübsal, wenn Leute wieder durch Werke gerettet werden. Denn das ist, was die Hyperdispensationalisten lehren. Sie lehren ein falsches Evangelium. Sie sind verdammt, sie fahren zur Hölle. Errettung war schon immer aus gnadischen Glaubens. Es gibt nicht irgendwie verschiedene Zeiten. Irgendwie eine Zeit der, was weiß ich, eine Zeit des Gesetzes und eine Gnadenzeit. Weißt du, wann die Gnadenzeit begonnen hat? Die Gnadenzeit hat mit dem Sündenfall begonnen. Errettung war schon immer aus Gnade durch den Glauben. Das ist der einzige Weg der Errettung. Du bist hier in einer Baptistengemeinde gelandet, die anecken wird. Und wenn du ein Problem damit hast, du weißt, wo die Tür ist. Denn wenn du ein Problem damit hast, dann hast du ein Problem mit dem Wort Gottes. Denn weißt du, wie Jesus genannt wird? Jesus ist der Stein des Anstoßes. Oh, du bist so anstößig, Anselm. Deine Präschen sind so anstößig. Du weißt was, Jesus ist der Stein des Anstoßes. Jesus eckt an. Jesus beleidigt. Beziehungsweise andersherum. Menschen lassen sich beleidigen von Jesus. Denn stattdessen können sie an Gottes Wort glauben. Ja, niemand muss sich beleidigen lassen. Es hängt natürlich immer von den Menschen ab, die sich beleidigen lassen. Jesus ist der Stein des Anstoßes. So wird er genannt. Du bist in der Stein des Anstoßes, Gemeinde gelandet. Du bist in der Stein des Anstoßes.